Hey Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite So Leute, wir sind hier in der Runde und es sind zwei Schwitzer hier auf dem Weg Ich frag mich, ob die mich gesehen haben Ja, da oben ist er Bitte seh mich nicht Bitte seh mich nicht Bitte seh mich nicht Die gehen direkt zu mir los Ich muss darauf greifen Ich muss sagen, ich bin tot Oh mein Gott Sie sehen mich nicht Die hab ich nicht gesehen Die Die sind hier vorbei gelaufen Haltet Siegbärte Gewonnen Ich hab mich um einen Baum rumgelaufen Wo bist du denn grad? Ja Siehst du mich nicht? Die gehen grad zu dem kleinen Haus Hast du den Urkreis oder was? Nee, nee Du siehst doch mein Punkt Jetzt kommen sie nicht mehr zu mir Ich muss Kommen die zu mir? Nee Nee, nicht jetzt Ich spürste Sie sind da Weißt du dieses Haus Wo wir Vorher ich immer gelandet bin Dort sind sie Ich kann dir helfen Ja ich versuch sie halt zu überraschen Ich hab nur eine Revolver und eine Pumpkanne und so Haben die schon die ganzen Doppelhäuser geduten oder? Ja ja Nein Ich hab ein gutes Sekund Wind Ja ich bin im Busch Werden sie gar gepusht? Ja ich bin im Busch Werden sie gar gepusht? Werden sie gar gepusht? Ich staub gleich ab Warte gleich Ich bin fertig Komm fertig jetzt Geil, der hat ne Ska Die Ska möchte ich haben Ich bin da Von der anderen Seite Nee, ja Die werden gerade gepusht Warte Wieso greifst du die an? Die die gerade pushen Der Problem sind eher die Schwitzer Die da pushen sind Jetzt greifen die uns an Ganz doll Der kann nicht Der tut ja Der Problem ist nicht der Sondern der Schwitzer Ja Der ist das Problem Nicht die Und deswegen wollte ich eigentlich warten Bis die mit dem Kampf fertig sind Der eine hat nämlich eine Ska Pass auf hinter dir Hinter dir Hinter dir Hinter dir Hinter dir Jetzt töte sie schnell Oder wieder blieb mich Was auch immer Wollen wir die? Ich will die Ich muss mir die Takti Bilder holen Oder Stumgewehr Damit ich irgendeine Waffe habe Ich hab ja nur ne Maschinenpistole Die kommen da! Ja! Och man jetzt Eine Millisekunde Ich hab's auch gerade gesehen Ich hab hinten da Ich hab hinten da Nicht nichts Treffe! Scheiße, der macht doch nicht schaden Treffe einfach nichts Hab Hatter! Zwei Hatter! Tot! easy ich habe ihn aber auch immer gebeten oh 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 tot muss mich hier kurz man muss nicht schielen bei mir von oben ich habe keinen baumart was haben wir jetzt mit der minigun leider nur wo sind denn die? da oben kann ich noch spielen? ja der hat sich zurück gezogen als er meine minigun gesehen hat ja weil ich habe ein bisschen Angst drauf geh ich geh pushe ah Max komm auf ne da war er nicht hin hat sich zurück gezogen hä wo ist er? der ist geflüchtet da vorne ja der ist nach 1.0 geflüchtet so ja das sind sich vielleicht beide ich bin mir auch unsicher komm mit ich weiß wo du mitnimmst siehst du? kein problem hast du das gesehen? ne sag doch war doch kein problem jetzt ich habe sogar noch in den Busch geschossen weil ich gedacht hab da wär da drin ja ja ok komm wir suchen sie was sind die? was sind das denn für Feiglinge? wir schießen uns ab und dann hauen sie ab das ist die richtige Feiglinge erstmal hier ein paar Bäume fahren hat sich zurück gezogen wir dürfen nicht wir dürfen bloß nicht hingehen weil da wird er jetzt abkämpfen und der ist im Haus wahrscheinlich drin muss ich nicht sagen Max nein da ist er glaube ich was hat ihn alle eine oder? nein da sind noch welche Hilfe nein 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 Hilfe Hilfe ich kann nicht bauen hier ich kann nichts hier bauen hier ist eine Falle im Haus hier ist eine Falle im Haus Max pass auf oh nein der hat ne Milligramm ja gut was soll ich da tun ey Gegner wo? nein was? hab ihn was einer einer hab ich nur wo der andere ist weiß ich nicht hast du Verbände? ja ich hab ein Mediflack aber du musst da zu mir kommen ich will das Sturmgewehr haben ist das Ding oh nein Max da liegt ein ja im Schlöpflein das ist ja schön Schlöpflein? genau Fungs ich hab hier oder? WTF von wo? von wo kam der? der finisht mich leg mich doch im Arsch das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja bin die auch die meine pue es wird so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.